Die russische orthodoxe Kirche ist kaum bekannt für ihren fortschrittlichen Geist. Wohl nicht zuletzt deshalb ist auch der Seminarschüler in Tula eine große Meldung im Land, der nun versucht, Jugendliche mit christlicher Rapmusik von der Ostkirche zu begeistern. Die traditionelle Kirchenmusik will er dabei ergänzen, nicht ersetzen. Immerhin gibt es nun vor Ort in Tula Pläne ein christliches Musikfestival auszurichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017